Am 12. Februar 2023 sind in Basel bei die Wahlen. Gewählt werden zum einen das Parlament mit seinen 90 Landräteinnen und Landräten und zum anderen die fünf Mitglieder der Regierung. Vier bisherige Regierungsräte stellen sich zur Widerwahl. Vier weitere Personen möchten neu in die Regierung. Einer davon bin ich. Ich bin der Tommy Schuerdan, nachher aus Muttens, bin 48 Jahre alt, verheiratet und Papi von drei Kindern und einem Pflegekind. Ich habe einmal Wirtschaft studiert und mich nachher als Streetworker für junge Menschen und Familien engagiert. Ich habe zehn Jahre im Gesundheitswesen und in der Gesundheitspolitik gearbeitet und bin mittlerweile Geschäftsführer von einem KMU mit gut 30 Mitarbeitenden. Während bald einmal 25 Jahre bin ich politisch aktiv, die letzten 14 Jahre als Gemeinderat und vorher unter anderem auch als Landrat im Parlament von unserem Kanton. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Politik kompetente und erfahrene Persönlichkeiten braucht, die sich mit Leidenschaft für das Wohl der Menschen in unserem Kanton einsetzen. Und das möchte ich tun, weil wir haben grosse Themen vor uns. Die steigenden Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien, die Klimakrise, das Schaffen von guten Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft und dort mit unseren Jobs, eine gute Ausbildung für alle, ganz egal, ob man studiert oder eine Berufslehre macht, und sicherstellen, dass unser Kanton für Menschen von allen Generationen ein lebenswerter Ort bleibt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf TikTok folgst und ich dich in der nächsten Woche ein bisschen auf meine Kampagne mitnehmen kann. Und wenn du eine Frage hast an mich, dann schreib es einfach in den Kommentar oder als E-Mail an fragen-at-tomichurdan.ch Merci vielmals für dein Interesse und bis bald!